Darf man eigentlich nackt im privaten Garten unbeschwert die Sonne genießen? Oder sollte man vorsichtshalber doch lieber Badeklamotten anziehen? Das fragen sich tatsächlich viele Grundstückbesitzer im Sommer. Generell darfst du rein rechtlich in deinem Garten herumrennen oder liegen, wie du möchtest. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen. Liegt dein Garten nach hinten heraus und ist durch eine Hecke nicht einsehbar, bist du auf der sicheren Seite. Sollten Nachbarn am Gartentor vorbeigehen und dich aus Zufall allerdings sehen, musst du damit leben. Ihnen kannst du nichts vorwerfen, da du im Endeffekt damit rechnen musstest. Ist dein Grundstück gut einsehbar, ändert sich die Rechtslage für die Nacktheit im eigenen Garten. Gerade wenn dein Garten in Richtung Bürgersteig ausgerichtet ist, wird der unbegleitete Anblick womöglich als Belästigung der Allgemeinheit gewertet. Entsprechend kann dies sogar als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.